Ich bin Marie von Fabrics und wir bieten eine automatisierte Qualitätskontrolle zur Reduktion von Nahtfehlern innerhalb der Textilproduktion. Wir haben Fabrics aufgrund des Problems der derzeitigen Qualitätskontrolle von Nähten in der Textilindustrie ins Leben gerufen. Denn aktuell findet eine manuelle Kontrolle der Naht stichprobenartig und auch erst am Ende der Produktion statt, sodass fehlerhafte Nähte während dieses Prozesses oftmals nicht identifiziert werden. Für Textilunternehmen bedeutet das hohe Qualitätskosten, wirtschaftlicher Schaden und Ressourcenverschwendung. Mit Fabrics revolutionieren wir die Qualitätskontrolle von Nähten, denn wir bieten Textilkunden eine 100% KI-basierte Nahtkontrolle direkt an der Nähmaschine. Unsere Kamera überwacht die Nahterstellung. Die KI ermittelt dann den Zustand der Naht und wird ein Fehler identifiziert, so erscheint ein visuelles Signal direkt an der Nähmaschine. Fabrics ist First Mover für die visuelle Qualitätskontrolle von Nähten direkt während des Nähprozesses und bietet Textilunternehmen erstmals Echtzeiteinblicke in die Qualitätsdaten der Textilproduktion. Unsere Mission ist, gemeinsam die textile Zukunft nachhaltiger und digitaler zu gestalten.